gegen neves ohne chance ruben neves der kann elfmeterschießen zuletzt gegen ajak land aus der innenverteidigung des vfl der erste gegentreffer also bei seinem neuen arbeitgeber aber natürlich in einer denkbarung zweitlich ist gegen den gebürtigen wittener dornebusch und scheitert felix dornebusch hält den ersten elfmeter kleiner vorteil für den vfl buchow war super von roi patricio gehalten ich möchte sagen weltklasse der war super geschossen und noch besser gehalten dem heutigen kapitän tornebusch fliegt in dieselbe ecke wie patricio und auch nicht schlecht reagiert macht das tor bohom in franz jutta gegen tornebusch der premier league aufsteiger bleibt dran und lukas hinterseher hinterseher das war österreichische kurken petro pereira beim mann aus bello horizonte so schießt man im brasilien brasilien elf meter jungt da war tonnebusch schon dran ärgerlich enopakari hat glück zu ende erzählt saklam gegen rui patricio da hat der sakla ein bisschen geguckt wie es der soares gemacht beiseite so lange wird es nicht gehen denn jetzt hält dornebusch gegen ryan charles der u18 und diesmal tom weiland ist der matchwinner verwandelt den entscheidenden elfmeter hille wie sie ihn liebevoll nennen also das finale klar borussia mönchengladbach gegen den vfl bochum und vorher die wuverhamton wanderers jetzt gleich in fünf minuten gegen betti sevilla marcus gaup meldet sich in kürze und wir hören uns dann zum finale bis dahin viel vergügen mit live fußball hier aus sky sport news hd bis dahin 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 Vielen Dank.